einen wunderschönen freitagnachmittag wünsche ich euch hier ist eine neue folge alles 19 holz am app mit dem paulo meiner mirkeit schönen guten tag so ein bisschen gas geben hier macht er ich krieg das heute noch fertig ich schaffe ich glaube an dich ja ich schaffe das meinst du dir reicht der eine anhänger ja bestimmt dann würde ich den mal zu ron und simon zurückstellen ja macht das beziehungsweise eigentlich kann ich ihn dir oben stehen lassen falls du ihn brauchst ist ja egal ich würde eigentlich ganz gern erstmal noch dann kann ich ja gleich den jungs bescheid sagen dass wir hier fertig sind dann könnte ich ja rein theoretisch das zeug einfach unterbringen zu quatsch zu ron und simon oder du hängst die sämaschine an und wir fahren das mit dem anderen runter weil der deutsche muss jetzt ein bisschen laufen wir müssen noch zwei felder ansehen ja gut der hat jetzt was zu tun die nächste zeit beim making making dazu genau du hast gerade voll kommt ja komm komm put 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 ups war ja so da bitte nicht sorry warum mal kuscheln kommen ja ich hab's gemerkt ich glaube nicht doch da steht was ein diesel anhänger naja ist von stehen geblieben ich schussball jetzt kurz da runter ja warte ich komm mit hallo 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 ein bisschen bist du jetzt der boxe 2 ich sag ich sag mal so ich bin auch kurz davor so was macht ihr denn kann euch helfen also ich warte ja auf simon und hoff also nicht liegen bleibt also ich war jetzt bis zum hoch und tank da einmal kurz dann fahr ich nach unten hol den tank und dann fahr ich zu ron also wenn demnächst jemand diesel benötigt wir haben jetzt auch einen dieseltank passt ja ok mein sicher ist sicher ne vielleicht verkaufen wir es auch wieder aber haben haben besser haben als brauchen wo wir gerade da sind habt ihr eine info bekommen von boxe und rufe ob der ladewagen wieder frei ist beziehungsweise habt ihr den zurück ne zurückgekriegt haben wir noch nicht ne zurück ist er noch nicht ok wir müssen den noch haben aber ihr könnt ja gerne mal anfragen ja würde ich dann bald mal tun und wir sind jetzt auch gleich fertig mit unseren karotten ja super ist es geil lwca aber freut euch nicht zu früh hey das ding ist schnell voll ohja 6000 liter watt ladevolumen okay wir stellen uns einen großen großen anhänger da irgendwo hin wir können uns euch unseren anhänger dazu stellen wenn ihr wollt ja das wäre gut dann hätten nämlich zwei hänger zu überlaut haben habt ihr ein bisschen puffer die man gibt gummi ja wenn ich mich mal irgendwo gegen fahren würde dann wird das wir haben bloß noch zehn minuten gar nicht war es in zwölf elf minuten elf minuten 15 und ich guck mal da unten steht mein jcp pingelig wo denn oh ja da steht er du hast die erlaubnis du dankeschön jemand bleibt oben ja ach so wie kriegst du dann dein jcp zurück ich hole ihn mir nachher wieder ok ich weiß gar nicht wie lange noch am hof bleibt spoiler spoiler was macht denn euer jcp da unten der ist da irgendwie durch zauberhand runtergeflogen das ist nachmarschaft hilfe ja ich sag's immer wieder ne ja bei uns läuft es komischerweise gegenseitig aber ehrlich wir sind hier das das dream team oh ja wir sollten unsere höfel zusammenlegen kommt scheiß drauf habe ich auch schon gesagt es steht nirgendwo drin dass wir das nicht machen dürften genau das habe ich das genau das habe ich im urlaub schon überlegt lasst uns doch einfach zusammenlegen mit ron und simon und dann haben wir eine vier mann starke power richtig das wäre doch geil ich finde es cool und dann gewinnen wir das ding ich finde es cool also liebe zuschauer schreibt in die kommentare wollt ihr das haben ja wenn ihr das wollt dann dann schreibt es uns rein auf jeden fall aber nicht petzen gehen also ich weiß ja nicht wann war das das letzte mal als wir relativ viel aufeinander gesessen sind da ist werde auch schon zu uwe rüber und hat gesagt er muss sich jetzt mal verbündete suchen ja 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 genau ich weiß gar nicht was wir da gemacht hatten weiß ich gar nicht mehr am anfang war das irgendwie ja richtig wie kann man denn vor diesem blöden tank anhänger rüberladen einfach daneben stellen und erdrücken meine ich richtig genau ich meine auch du musst mir auch nicht mehr drücken ja ob ich versucht oder versuche ich oder ne er oder b was ist das ein einzelnes menü der muss ja irgendwo stehen richtig da eben nicht eben nicht das ist ja die stimme doch normalerweise muss das dringestehen dass er überladen überladen starten hat er kann nicht überladen weil weil der tank leer ist ja ich hatte im aktor getragen mit der hänger mit der habe ich noch nicht gefüllt ach drum ist bei uns geld weggegangen ich habe mich schon gewundert warum ich habe ich habe wenn ich habe noch nichts getankt da habe ich nichts gemacht wo ist es erst zu der tankstelle fahren ja du musst erst den anhänger auffüllen und gerne ich mag du musst jetzt mal rechts hoch jetzt wird es schön rechts hoch da ist er da Paul ich habe wieder eine signalfarbe gekauft oh nein so befüllung starten jetzt hat niemand tut mir leid geht jetzt ein bisschen geld weg oh kein problem wie viel soll ich hier rein tanken so viel dass du halt irgendwie zum hoch kommst ja gut ich weiß nicht ob der Sprit jetzt am hoch günstiger ist unten an der tankstelle ich glaube es ist weniger siehst du das boah weiter habt ihr den lkw gekauft gemietet maschinenring maschinenring mensch simon wo könnten wir unsere dinge dann auch wegfahren außer ihr habt den noch länger Boxer und Uwe haben den hin und wieder wir haben ihn hin und wieder es gibt schon irgendwie hat den jeder jeder hat den jeden mal wenn ihn keiner hat dann lasst ihn doch gleich bei uns dann auch mit stehen ja das problem ist ähm ich glaube ist der ist der ähm der auflieger hinten tief noch dass man mit dem gerät ran kommt ja ja da kommst du ran und zur not schüttest du halt mit eurem wagen ins lager und fährst es dann von da aus weg fertig okay ich habe jetzt den 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 schlepper da stehen lassen samt den tank anhänger gleich kurios wie wartest das war jetzt betriebskosten ja ich habe das 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 ding repariert das ist ganz schön teuer das building ja soll ich nochmal rohr einfahren ja wäre vielleicht ein vorteil dafür ist es effektiv auf jeden fall willst du dann gerade mit dem mit der säle maschine weiterfahren ja kann ich machen äh ich muss noch mal warte mal unser hofer hier irgendwo ne direkt nebenan ja ich fahr gerade durch den wald ich dachte ron und simon wollten mal unsere unser wald hier weg machen ja das müssen wir jetzt mal angehen irgendwann wenn man wieder ein bisschen Puffer kommt wir haben schon mal drüber gesprochen das wird das ist immer so zeittechnisch echt knapp ne ja gut wenn alles da ist ist es glaube ich relativ schnell durch aber wir müssen einfach jetzt mal wenn jetzt mal ein bisschen alles ins rollen kommt und alles ein bisschen läuft dann ja was soll aufzählen ja ich würde fällt 27 irgendwie mit mit gerste oder sowas wollte jetzt eigentlich jemand die zuckerrühm von venner haben bisher noch nicht also ich habe tatsächlich mal überlegt gehabt weil es einfach weniger aufwand ist aber die 35.000 euro sind es mir eigentlich nicht wert weil ich kann es selber ansehen mhm daher ich weiß es noch nicht das lustige ist ähm ich bin mir ziemlich sicher dass es keiner haben wollte weil er hat nämlich irgendwie jetzt über 250.000 euro auf dem konto vielleicht verkauft das problem ich weiß es nicht genau wenn er ein bisschen aufgestoßen hat war dass er gewinn damit macht weil er verkauft 50 euro überm preis ähm mag was machst du dieselbe maschine auffüllen wieso hängst du dann das hintere teil dafür ab weil das sonst nicht geht hä das habe ich immer so gemacht nein das geht nicht okay glaub ich mir mein sohn ihr werdet euch schon einig ja ja immer sowieso wir haben jetzt noch eine folge ne ja sonntags noch gerade eben zu ron schon gesagt ich komme irgendwie völlig durcheinander wind es ist doch ein wind so viel aufnahmen in so kurzer zeit das ist irgendwie gerade völlig blemblem dafür haben wir nächste woche dann gehende lehre ja faszinierend ne nein ich nicht ich auch nicht ja gut ich hab samser aufnahmen uuuhh dann macht man sich halt ein paar folgen ja 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 naja hinter kaffee muss ja auch noch anlaufen ne na dann bist gern eingeladen simon wenn du Bock hast hast du in unseren anhänger auch karotten reingeschmissen oder nur in den großen äh ich glaub nur in den großen ich sehs ja gleich nein ich lauch zuerst schnell rüber warte nur ey darf er weiter also klee ist echt wie unkraut du fährst keine ahnung du fährst kaum 10 meter weit dass die ballenpresse ist einfach nur voll ich war vorhin schon verwundert das von so schnell bei uns war ehrlich gesagt ja wir haben geguckt ne ja ja das war faszinierend ey ja wir haben ja wir machen gerade so ein zeitliches experiment hier wie lange wir brauchen von 8 uhr an alle wiesen zu mähen und zu pressen das ging ganz schön lang ne oh ja habt euch auch was vorgenommen ne wir sind fast durch ok ja trotzdem das ist echt also ich hab jetzt noch ja nicht richtig geladen was ich will machen habe ich jetzt noch ne ich hab jetzt nur noch das eine hier mit pressen du bist schon auf der 27 oder ja ja ich bin auf der 27 ja ähm der rest wird ja gesammelt der Rest ist ja Heu Heu, Heu, Heu Heu, Heu, Heu ja, es ist so, wenn wir jetzt, was ich demnächst, das Kartoffelfeld anfangen müssen wir so ein bisschen Puffer irgendwie irgendwo hinlegen ja, klar also, wir werden wahrscheinlich wenn ihr Hilfe braucht, den Kartoffeln ernten, ich hab da einen guten Mann der steht auf Kartoffeln ich schätze, habt ihr da 18, ne? mhm, ja, ich weiß nicht, ja ihr seid dann eine Zeit lang unterwegs, ja mhm, das, auf der Karte sieht das Feld so harmlos aus also, wir waren jetzt gute zwei Wochen zweieinhalb Wochen dran an Karotten an na gut, ihr habt, ich weiß nicht, euer Feld ist ja nochmal eine ganze Ecke größer, oder? so viel größer ist es, glaube ich nicht? wobei, ich glaube, das schenkt sich euer ist dafür ein bisschen breiter würde ich jetzt behaupten wobei ich mir ziemlich, ich weiß nicht, ob das Verhältnis zu Kartoffeln ich weiß nicht, das Verhältnis Kartoffeln zu Karotten keine Ahnung, Kartoffeln würde wahrscheinlich schon weniger gegeben, aber ich weiß nicht, ob das so viel weniger gibt mhm, mein lieber Simon, du darfst nicht so viel rumstehen hehehehe geht da Zeitplan auseinander ich steh nicht rum ja, ja, ja er baut Pufferzeiten ein ach so ach so, habe ich es noch gar nicht gesehen ja gut, mach weiter Simon ich hab noch vier Bahnen dann bin ich fertig mit dem Klee ja guck mal, ich hau schon die nächste Bahn, äh hier, weißt schon Kugeln weg ach du scheiße Werner schießt hier durch die Gegend ja boin, roter Blitz die haben richtig, die haben wahrscheinlich richtig Halligalli jetzt ja wobei die dann echt viel aufgeräumt haben das ist gar nicht das fand ich ja schon faszinierend was abgeerntet also abgeerntet müssten sie eigentlich fast alles haben mhm ne, Marschira ist noch grad um den Hof drum rum zur Gange ah Werner ist grad am Ballen einsammeln weißt du, ich geh den jetzt mal verwirren, hä? wieso? einfach so gratulieren schon mal recht herzlich, Tom ja, genau, ich hab wieder nicht gratuliert für nix, aber ist egal ich guck mal mhm ja, vorhin haben wir ihn ein bisschen versucht zu verwirren wir haben gesagt, wir werden demnächst eine große Investition tätigen und jetzt wäre der Quatsch mhm? und jetzt ist er die ganze Zeit am gucken, wann jetzt was gekauft wird naja, jetzt fragt er also schon mal gefragt, ähm ja, kauft euch einen Drescher nein ähm, und dann hab ich schon gefragt, ähm ob denn so eine Folge ausreicht, um den kompletten Katalog einmal durch zu gehen er weiß ja nicht, dass wir zusammen uns was halt angeschafft haben ja, ein Tankanhänger hat euch angeschafft das war die große Investition und Ron legt die ganze Zeit noch immer einen Schirm drauf ja gut, im Prinzip hat er jetzt den Tankanhänger auch noch nicht, oder? hm hm, was hat er denn jetzt? hm, was hat er denn jetzt? zum Tankanhänger hat er wahrscheinlich auch noch nicht gratuliert, oder? ne ja eben ja eben dann ist es sogar berechtigt hm, aber das ist keine große Investition ja außer du machst das Ding voll selbst dann wahrscheinlich nicht selbst dann wahrscheinlich nicht ich hab mal hab mal fiktiv gratuliert hat gepasst nix aber ich glaub, jetzt wird er gleich eh wieder abmoderieren oh, ich hab's wieder voll ne, doch noch nicht da passt noch einer drauf ne, drei passt noch drauf ach ne, den würde ich nicht mitnehmen hier wie viel Stapel haben wir jetzt eigentlich oben am Hof liegen? drei drei Stapel? ja gut in diesem Sinne, sagt das neue Team ja P-S-M-R ah ja wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal Freunde Like nicht vergessen Kommentare drunter setzen ja natürlich ein Herzchen wären äh, dein Däumchen wäre ein Träumchen äh Herzchen auch, okay ja, klar und, und, und schaut bei den anderen Kanälen vorbei damit ihr auch nichts verpasst in diesem Sinne sind wir raus und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal macht es gut tschüss 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 auf Wiedersehen